Dieser Schokoladen-Moustart ist ein wahrgewordener Traum. Nimm 180 Gramm Mehl, 70 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Kakaopulver, ein Ei, 125 Gramm Butter und eine Prise Salz. Knete die Zutaten zu einem Teig, drücke ihn in eine befettete Backform und stich ihn mehrere Male mit einer Gabel ein. Backe den Kuchenboden 10 Minuten bei 170 Grad. Für die Schokoladenfüllung koche 400 Milliliter obersauf und schmelze 300 Gramm Zartbitterschokolade darin. Verrühre 25 Gramm weiche Butter, ein Ei, ein Eiklar und eine Prise Zimt und gib die Buttermischung zur Schokolade. Verteile die flüssige Füllung auf dem vorgebackenen Kuchenboden und backe deine Schokoladen-Moustart noch einmal für 15 Minuten. Bestreue sie nach dem Abkühlen noch mit einem Esslöffel Backkakao. Ich habe meine Schokoladen-Moustart noch mit getrockneten Blümchen dekoriert. Und dann wird sie bebeutaten. Bis zum nächsten Mal.